Totimpfstoffe gegen SARS-CoV-2, Ganzvirus- und Proteinimpfstoffe. Gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und die dadurch verursachte Krankheit COVID-19 gibt es bereits verschiedene Arten von Impfstoffen. Eine Impfung macht den Körper mit Krankheitserregern oder Teilen davon bekannt. Findet danach eine Infektion mit dem Virus statt, kennt das Immunsystem diesen bereits und kann ihn rasch und effizient bekämpfen. Welche Arten von Impfstoffen gibt es gegen COVID-19? Gegen COVID-19 wurden bereits mRNA, Vektor-, Ganzvirus- und Proteinimpfstoffe entwickelt. Bei mRNA- und Vektorimpfstoffen wird die genetische Information, also der Bauplan, für das virale Spike-Protein in die menschlichen Zellen eingeschleust. Dieses Oberflächenprotein des Virus wird in weiterer Folge von der zelleigenen Maschinerie des Menschen hergestellt. Wie mRNA- und Vektorimpfstoffe im Detail funktionieren, erklären wir in diesem Video. Die Totimpfstoffe unterscheiden sich grundlegend von mRNA- und Vektorimpfstoffen. Als klassische Totimpfstoffe werden meist inaktivierte Ganzvirus-Impfstoffe bezeichnet. Bei diesen wird das gesamte Virus für die Impfung verwendet. Dieses wird allerdings zuvor inaktiviert und unschädlich gemacht, damit es sich nicht mehr vermehren kann und keine Krankheit auslöst. Proteinimpfstoffe werden meist auch zu den Totimpfstoffen gezählt. Sie enthalten nur einzelne Proteine des Erregers, im Fall des Coronavirus das Spike-Protein. Wie werden Totimpfstoffe gegen COVID-19 hergestellt? Die Herstellung von Totimpfstoffen ist im Vergleich zu jener von mRNA- und Vektorimpfstoffen schwieriger. Zur Herstellung von Ganzvirus-Totimpfstoffen sind hohe Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. In großen Bioreaktoren werden zunächst spezielle Zellen gezüchtet und mit Coronaviren infiziert. Die Viren vermehren sich in den Zellen und werden dann mit Hilfe von Chemikalien vollständig inaktiviert, sodass sie sich nicht mehr vermehren können. Die Behandlung kann dazu führen, dass die Struktur der viralen Oberflächenproteine geringfügig verändert wird. Diese entsprechen somit nicht exakt den natürlich vorkommenden Proteinen des Coronavirus. Dies trägt vermutlich auch zu etwas geringeren Wirksamkeit von aktuell verfügbaren Ganzvirus-Totimpfstoffen im Vergleich zu mRNA-Impfstoffen bei. Ganzvirus-Totimpfstoffe gegen COVID-19 werden beispielsweise von den Firmen Valneva und Sinovac entwickelt. Für Proteinimpfstoffe werden nur virale Proteine verwendet. Diese werden meist rekombinant, das heißt mit Hilfe von gentechnisch veränderten Zellen in Kultur, zum Beispiel mit Hefezellen, hergestellt. Dazu wird die Erbinformation für das Spike-Protein in die Zellen eingeschleust, die dann das Spike-Protein produzieren. Einen Proteinimpfstoff gegen COVID-19 gibt es beispielsweise von der Firma Novavax. Gegen Krankheiten wie Influenza und Kinderlähmung werden verschiedenste Arten von Totimpfstoffen schon seit über 60 Jahren eingesetzt. Totimpfstoffe gegen COVID-19 gibt es in China und Indien bereits seit 2020. Eine erste noch bedingte Zulassung für einen Corona-Totimpfstoff wurde in Europa Ende 2021 erteilt. Warum beinhalten Totimpfstoffe Wirkverstärker? Weder inaktivierte ganze Viren noch Proteine allein lösen im Körper eine ausreichende Immunreaktion aus. Daher müssen sie mit Wirkverstärkern, sogenannten Adjuvantien, verabreicht werden. Diese Moleküle stimulieren das Immunsystem und verbessern die Stärke und Qualität einer Immunantwort. Bei den aktuell verfügbaren inaktivierten Ganzvirus-Impfstoffen gegen Corona werden meist Aluminiumsalze als Adjuvantien verwendet. Diese kommen schon lange standardmäßig für verschiedenste Impfstoffe zum Einsatz und sind in geringen Konzentrationen unbedenklich. Der erste in Europa verfügbare Proteinimpfstoff von Novavax verwendet ein Saponin, ein Extrakt des Seifenrindenbaums, mit der Bezeichnung Matrix-M als Adjuvans. Zusammen mit Protein-Nanopartikeln vermittelt Matrix-M den Spike-Proteinern eine besondere Architektur. Diese gruppieren sich in Form eines Kranzes darum herum und bilden eine virusähnliche Struktur. Wie wirken Totimpfstoffe gegen Covid-19? Der Impfstoff aus inaktiviertem Ganzvirus oder Spike-Protein und das Adjuvans werden im Körper nach der Impfung als fremd erkannt und von Immunzellen aufgenommen. Die Viruspartikel oder Spike-Proteine werden im Inneren der Zellen zunächst in kleinere Stücke zerlegt. Diese werden dann an der Oberfläche der Zellen, dem Immunsystem, als Antigen, also als fremde Struktur präsentiert, die in weiterer Folge von Antikörpern erkannt wird. Daraufhin kommt es zu einer Immunreaktion. B-Zellen produzieren mit Hilfe von sogenannten Helfer-T-Zellen eine große Menge an Antikörpern gegen das präsentierte Antigen. Im Fall des inaktivierten Ganzvirus-Impfstoffs können das alle Proteine von SARS-CoV-2 sein, wobei das Spike-Protein einen Großteil davon ausmacht. Beim Protein-Impfstoff richtet sich die Immunreaktion gegen verschiedene Teile des Spike-Proteins. Die Antikörper bleiben im Körper für eine bestimmte Zeit nach der Impfung erhalten. Ihre Menge sinkt aber allmählich ab. Deshalb sind Auffrischungsimpfungen nötig. Auch antigen-spezifische T-Zellen sowie Gedächtnis B und T-Zellen werden im Zuge einer Impfung gebildet. Bei einer Infektion mit dem echten Erreger bieten die Antikörper einen sofortigen Schutz. Sie binden an die Coronaviren und machen diese unschädlich oder markieren sie zum Abbau durch Fresszellen. Die im Zuge der Impfung gebildeten T-Zellen können die von Viren befallenen Zellen aufspüren und zerstören. Außerdem werden Gedächtnis B-Zellen aktiv. Erkennen sie als erfahrene Zellen den Erreger wieder, vermehren sie sich stark und bilden zusätzliche Antikörper, die besonders gut an den Erreger binden. Auch Gedächtnis T-Zellen vermehren sich stark, wenn sie den Erreger wiedererkennen und beseitigen mit Virus infizierte Zellen rasch und effizient. Wie werden Impfstoffe an neue Virusvarianten angepasst? Wie auch andere Viren mutiert SARS-CoV-2 laufend, was zur Entstehung neuer Virusvarianten führen kann. Manche davon können sich nicht durchsetzen und verschwinden wieder, andere hingegen können sich rasch ausbreiten. Mehr zu Mutationen und Varianten erklären wir in diesem Video. Bei neuen Virusvarianten besteht die Gefahr, dass existierende Impfstoffe eingeschränkte Wirksamkeit zeigen. Daher müssen Impfstoffe eventuell an neue Varianten von SARS-CoV-2 angepasst werden. Im Fall von mRNA-Impfstoffen ist diese Anpassung der mRNA-Sequenz relativ einfach und rasch umzusetzen. Bei Vektor-Impfstoffen und Protein-Impfstoffen ist eine Änderung etwas schwieriger. Eine Anpassung von inaktivierten Ganz-Virus-Impfstoffen ist um vieles aufwendiger, da die Virusvarianten von Neuem gezüchtet und inaktiviert werden müssen. Wie unterscheiden sich also mRNA-Impfstoffe von Totimpfstoffen gegen Covid-19? mRNA und Totimpfstoffe gegen Covid-19 unterscheiden sich in mehreren wichtigen Punkten voneinander. Die Herstellung von Totimpfstoffen ist sehr aufwendig und verlangt im Fall von Ganz-Virus-Impfstoffen hohe Sicherheitsmaßnahmen. mRNA-Impfstoffe können verhältnismäßig schnell und einfach produziert werden. Das ist auch für die Anpassung an neue Virusvarianten wichtig. Totimpfstoffe benötigen Adjuvantien für eine ausreichende Immunreaktion. mRNA-Impfstoffe kommen ohne diese aus. Einen Unterschied gibt es auch beim Antikörper-Repertoire, das durch die Impfung entsteht. Bei Ganz-Virus-Impfstoffen sieht der Körper alle Bestandteile des Erregers und bildet Antikörper gegen mehrere Strukturen. mRNA- und Protein-Impfstoffe hingegen liefern nur ein einzelnes Protein des Virus oder den Bauplan dafür. Dementsprechend richten sich die Antikörper auch nur gegen Oberflächenstrukturen dieses Proteins. Totimpfstoffe sind relativ stabil und können mehrere Monate bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. mRNA-Impfstoffe hingegen sind vergleichsweise instabil und müssen bei sehr niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Die weltweite Versorgung ist somit mit Totimpfstoffen einfacher. Eines ist heute klar. Die Corona-Pandemie verlangt eine globale Lösung und ein Ende ist nur absehbar, wenn auch alle Menschen weltweit einen Zugang zu Impfstoffen haben. Nur so kann das Risiko zum Entstehen neuer Virusvarianten verringert werden. mRNA-Impfstoffe sind aktuell die besten bei uns verfügbaren Impfstoffe. Totimpfstoffe stellen jedoch aufgrund ihrer einfacheren Lagerung einen großen Hoffnungsträger dar. Sie sind einfacher global zu verteilen und könnten auch in strukturschwachen Regionen die Durchimpfungsrate entscheidend vorantreiben.